Wir sind auf der oberen Bahnhof, die wir begrüßen dürfen, und wir sagen, wir haben auch ein Wettbewerb zu geben. Das ist genau der Hut. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Und hier, der Casino-Kastnis Rotweil ist in der Kastnis Rotweil, die sind aus der Südung. Und wie die Rüste wird das gehalten, ist besonders einfach so glücklich geworden. Aber wenn Sie noch nicht eh beischt, dann haben wir noch einmal auf die Sonne und Seite des Lebens von der Südung. Heute in der Casino-Kastnis Rotweil in der Kastnis Rotweil, in der Kastnis Rotweil, in der Kastnis Rotweil. Hier sind zwei Kärchen, eine Kutsche und eine Lerei. Schön, dass ihr dabei seid, da siehst du was rechts daraus, oder? Ja, aber das ist immer richtig, oder? Ich bin fertig. Oh ja, der Baumwistelfahrt! Den haben wir da oben, wer denn ist? Natürlich, da ist er! Also, größeres Prospekt da oben bei 30 Grad, in den Postis. Hartz-Weltschermin-Hawaii, in das Maripost, in der Parkour. Nichts gefallen! Von Mönnbergs-Zeit-Museum. Villa Charlotte. Und der 290-jährigen Villa Charlotte, begibt sich die Gäste auf einer Zeitreise in das Bad Harzburg von 1880. Das sieht man auch ganz schön hier an, den schön gekleideten Damen und Herren. Und dann die Frage, Napoleon Museum Bad Harzburg von 1700 bis 1900, viel mehr als nur Napoleon. Dankeschön, das kann ich gut sehen. Und, schreibt hier einer? Bisschen. Bisschen? Ja, ich hab noch vergessen. Sehr gut. Galopp-Gemeinschaft. Hier geht's weiter, nach Hartzburg. Wir begrüßen Galopp-Gemeinschaft. Wir begrüßen Galopp-Gemeinschaft. Ja, wir begrüßen Galopp-Gemeinschaft. Ja, wir begrüßen Galopp-Gemeinschaft. Hier, hier, da. Ich bin gar nicht bereit. Wir begrüßen. Und habt ihr jetzt seit Verzeihung? Warte, oder? Ja, warte. Warte, warte. Warte, warte. Jetzt haben wir auch wieder mit dem Weg gegeben. Wie war er noch? Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. 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 Wow. 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 Das ist mein Bruder hier, doch? Das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Als ihr hier gesehen habt, die auf dem E-Truck werden gleich eure Kraftform direkt von der Lieblingsbahn hier.